Willkommen an der Bronzen High School. Hier wird noch mit Gottes ehrfürchtiger Stimme unterrichtet. Sie glauben es ist dunkel? Nein, wir sparen uns auf. Der Strom muss gespart werden, denn nur Gott richtet die Seelen auch im Dunkeln. In dieser High School wird noch Recht und Ordnung gelehrt. Seht euch die braven Schüler an, wie sie mit ihren Mikrotaschenlampen noch das Licht halten, damit sie nicht die Treppen rauf und herab stürzen. Morse. Morse ist einer der Kurse, die auch an dieser High School gelernt wird. Aber das hauptsächliche ist, Gott wird die Zucht und Ordnung in dieser Schule leiten. Diese Schmierereien, die Sie hier beispielsweise sehen, Gott liebt Schmierereien. Wir haben übrigens keinen Strom mehr. Strom ist für die Arme heutzutage auch nicht mehr drin, wir stehen da nicht drauf. An unserer Schule wird grundsätzlich ja sowieso nur tagsüber unterrichtet, deswegen, weil Sonnenschein lernt sich besser. Die Cafeteria gibt grundsätzlich vegetarisches Essen aus, denn Tiere lieben wir auch, die werden auch nicht geschlachtet. Gott liebt Tiere. Wie Sie sehen, ist unsere Schule vielleicht ein bisschen sanierungsbedürftig, deswegen sind wir ein bisschen angewiesen auf Ihre Kirchenspende. Kommen Sie auch demnächst an die Bronzen High School und geben Sie uns Geld dafür, dass wir sie im Dunkeln mit Grünzeug füttern. Bronzen High School. Demnächst auch in Ihrer Gegend. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.